ja hallo ist wieder klo ich heiße euch willkommen zurück zu oxygen not included zur challenge colony wir sind mittlerweile bei zyklus 192 haben 60 duplikanten und ich habe euch aber letztes mal danach gefragt ob wir das hier noch bis zum ende bringen sollen und ja das war ziemlich einstimmig und dann machen wir das auch so was ich aber erstmal hier jetzt einschalten wollen würde ist diese geschichte muss ich mal nur eben überlegen das war die entscheidende einstellung um das ganze zu aktivieren genau weil wir haben nämlich auch zwei grund eigentlich braucht man das ding nicht laufen lassen weil unsere rakete ist befüllt aber wir haben jetzt ein problem dann läuft natürlich auch unsere kühlung nicht und es ist jetzt das sieht man hier ein bisschen besser durchaus an der einen oder anderen stelle ein wenig warm geworden und da wollen wir jetzt natürlich vorbeugen sie auch klar wenn hier wasser reingepumpt wird und ich hier eine leitung aus normalen material gebaut hat kann auch nichts ändern ändern wir das ganze mal ab machen daraus auch auf diesem teilstück eine isolierte leitung aus keramik dann dürfte es gleich ein bisschen besser werden gut ja diese film mit dem verschmutzten wasser sorgt nicht für für das problem wurde wo der stress herkommt wir können uns doch einfach mal kerstin schnappen unseres ansehen neuer freund minus 10 niedriger moral 15 und so kommt denn also das klatschen das kommt wahrscheinlich daher weil man immer mal irgendwo durchs wasser laufen muss ja das ist alles nicht sehr gut und sinnvoll hier geplant das muss man einfach mal sagen genauso werden wir das ding jetzt wieder abschalten so 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 haben wir hier denn nicht irgendwo kühleres wasser ne haben wir nicht hat auch 58 grad wir könnten vielleicht unsere ölkühlung hier durchlegen die kommt hier an und geht dann hier zurück in dieses system ja so oder so wollte ich das spiel schnell laufen lassen einfach um so schneller die ausbildung fertig zu lassen fertig werden zu lassen 91 prozent mal schauen wie weit wir in diesem video kommen so und hier wird dann ja jetzt gleich wieder öl ohne ende eigentlich durchlaufen und hier hin und geht dann hier rein hätten im grunde zwei optionen variante 1 ist dass wir einfach diese leitung die hier kommt mit dem öl da kommt wieder gleich auch kühleres öl dabei sind hier durchlaufen lassen aber das eigentlich nicht so eine perfekte idee weil das auch immer wieder sehr warmes öl dazwischen dass ich lieber diese leitung hier mit dem gekühlten öl auch noch nach oben legen würde meinetwegen hier entlang ja das machen wir auch so sanitär ein rohr aus magmatit genau was war hier hoch legen mich dort stopp hier ist ja schon der bereich wo ich es isoliert bauen möchte brücke 1 brücke 2 brücke 3 das stückchen hier zerlegen so ja es wird so langsam etwas hakelig aber bei so vielen bewohnern ist das auch nicht eigentlich nicht verwunderlich warum verhungert jemand kann eigentlich nicht sein vielleicht schauen wir uns das doch mal eben an der kann da nicht verhungern isoliertes rohr geht hier weiter hoch so und ab hier aber wir haben wieder nicht so viel brauchen wir dann nicht ab hier sondern nur hier in den radiator rohr das geht dann einmal hier so durch würde ich sagen ja dann geht es hier weiter da rein da wird das nämlich vorrangig rohrbrücke abbrechen sanitär rohrbrücke so ja jetzt haben wir wieder ein sehr schnell warum habe ich das nicht schnell laufen lassen ein sehr langes stück leitung das gebaut werden muss ich bin wirklich bekloppt nur um diesen bereich zu kühlen ich hätte hier einfach eine abzweigung machen sollen und dann da wieder ran naja gut zu spät jetzt ist es schon in arbeit und nicht unerhebliche teile davon sind auch schon fertig ok so viel ist es auch nicht aber bei 60 arbeiten dann geht sowas natürlich auch schnell ich würde hier mal ganz gerne mich noch rein graben und hier ein bisschen magmatik in der nähe zu haben das gleiche hier und hier dann die leitung zu bauen hin hin diese letzten paar oder bin ich selber mal ich habe mich noch nicht oft gesehen in letzter zeit jetzt kann er hier fehlt noch ein bisschen für das nächste teil stück dann bauen wir doch die ziegel da auch noch mal fehlt sogar noch ein bisschen mehr wo endet wo kommt die nächste brücke ach gottchen gar nicht erst hier na gut wir lassen die einfach mal wuseln das graben hier ist zumindest fertig das macht es natürlich einfacher das können wir dann ja auch noch relativ einfach hier mal erweitern und langlegen so haben wir mal weiterhin auge auf simsa 95 prozent mensch wo haben wir dich da schauen wir uns doch mal ein bisschen an was bei dir so passiert also schnell ist auf jeden fall die lassen füße wieder das mit dem magmatit in der nähe das war eine gute idee denke das beschleunigt das ganze schon sehr stark jetzt jetzt flutscht das da oben aber hier unten sind wir auch ziemlich weit hin so fertig alles fertig auch alles alles kann laufen tut es auch sehr schön und überschüssiger dampf auch hier müssen wir freigraben da ist ein meteorit reingeschlagen überflüssige oder überschüssige dampf geht dann hier einfach raus hier kommt jetzt die erste schose rohöl die läuft natürlich hier nur überschleppend weiter würde sicherlich ein zweiter kühler noch sinn machen ich kann hier schlecht bei 230 grad jemanden reinschicken ich würde das in der normalen kolonie ganz bestimmt umbauen aber hier in der challenge lassen wir das jetzt mal also da würde ich halt hingehen und hier vielleicht mache ich das auch einfach im nächsten video weiß ich noch nicht in diesem auf jeden fall nicht mehr dann wasser kühler hier wir bauen einen zweiten vielleicht sogar einen dritten dazu wobei das dann irgendwann strom technisch auch kritisch wird weil wir dann halt das öl doppelt so schnell runter kühlen und es hier schneller abläuft ok man sieht jetzt schon dass es hier eine ganze ecke kühler wird dadurch das gute ist wenn jetzt dieses öl kommt dass er 48 grad anstatt 75 bis 80 das natürlich auch viel geht schneller wieder hier runter gekühlt das darf man auch nicht nicht vergessen hier steht petrolen das müssen wir aufwischen neue duplikanten sind verfügbar ok schnarcher auto auch an dich eine herzlich willkommen hier im chaos der challenge und challenge chaos ich weiß nicht wie es richtig herum ausschaut so temperatur technisch ja hier sieht man schon dass es sinkt hier ist es noch so lala aber das entwickelt sich gut hier unten nicht wollen wir da auch die kühlung gar nicht durch geht aber hier ist auch nichts kritisches was was gekühlt werden müsste körpertemperatur ja hier ist es noch ein bisschen zu warm da fehlt die dünnung ja da haben wir aber noch 11,3 tonnen also das wird jetzt absehbar ab wann wir uns nur noch mit pilzen ernähren können ja 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 ich denke dann können wir auch hier wieder ein bisschen produzieren das ist ja jetzt nicht mehr ganz so schlimm und müssen halt ein auge drauf haben ob es dann nicht doch wieder heiß wird oder nicht so heiß oder wie auch immer moment mir fällt da gerade was anderes ein hatte ich überhaupt die zentrifuge schon gebaut weiß was ich davon gesprochen habe aber ach ja hier klar ja stimmt ja 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 logisch da war ja was 98 prozent die spannung steigt und hier noch einen weiteren planeten aus kundschaften die 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 erst hat er sich weiter hinter da unten läuft das ganze gefühl noch ein bisschen langsamer als hier doch das ist doch temperatur technische relativ stabil man sieht dass es rohöl hier immer schneller jetzt durchläuft durch dementsprechend sich auch nicht so stark aufheizt und dann wird es natürlich auch hier oben wieder schneller gekühlt schön 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 immer noch 98 prozent ok gut aber die 20 minuten sind voll die ich angepeilt habe ja ich würde sagen dann machen wir am nächsten mal an dieser stelle weiter dann werden wir auch das geheimnis lüften kann ich gar nicht sagen aber dann werden wir sehen ob wir auch noch komplett den space cadet hier lernen müssen für simser oder ob wir ab da schon die rakete starten lassen können ja also es bleibt auf jeden fall ja spannend es ist schon noch also für mich ist auf jeden fall spannend weil es kann jederzeit noch irgendwas größeres schief gehen und ja ich bin sehr gespannt wie es weitergeht also würde mich freuen wenn ihr nächstes mal wieder einschaltet was gut bis bald danke und bye